Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte Tunguska. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind den Professor losgeworden und wollen jetzt mal mit den jungen Assistenten reden. Den Namen ich vergessen habe, wurdet ihr überhaupt schon genannt? Ich weiß es gar nicht. Puh, das war knapp. Gerade soeben noch die Menschheit vor dem furchtbaren Dr. Jekyll gerettet. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Arbeiten mit ihm deutlich entspannter. Ich schulde Ihnen was. Wenn Sie also Fragen haben... Alles darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Klar, bin ja schon froh, dass ich mir überhaupt Ihre Arbeit hier ansehen darf. Eine Soldatin, die sich für die Wissenschaft interessiert, gibt's bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nein, und eine so schöne schon gar nicht. Oh, Dankeschön. So, was haben wir denn da? Bei Tunguska oder Wissenschaft? Wir nehmen erstmal bei Tunguska. Was genau sollen Sie eigentlich an unserem Zielort machen? Sie meinen in der Forschungsstation? Äh, ja, genau die. Wissenschaftliche Assistenten sind scheinbar auch auf internationaler Ebene leicht auszufragen. Es geht also um eine Forschungsstation. Vielleicht kann ich ihm ja noch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Station? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, sonst wäre die Anlage ja nicht geheim. So, so. Geheim ist sie also. Sehr schön, Junge. Nur weiter so. Ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was nicht ganz so geheim ist. Ich habe zwar leider nur wenig Ahnung von Biologie und Chemie, aber faszinierend find ich's schon. Ich kann da nur für das sprechen, was Dr. Lesniak und ich dort machen sollen. Klar. Die haben da ja vor Ewigkeiten schon rausgefunden, dass es in der Region abnormales Pflanzenwachstum gibt. Ist kein Geheimnis, stand ja überall in der Zeitung. Klar, natürlich. Und nun versuchen wir, dieses Wachstum kontrolliert zu beeinflussen. Faszinierend. Und mit welchem Ziel? Darüber darf ich leider nichts sagen. Aber stellen Sie sich nur mal vor, man könnte das Wachstum von Pflanzen beliebig manipulieren. Das würde auf einen Schlag das Hungerprobleme in der Welt lösen. Wow, das hört sich in der Tat nach einem großen Ziel an. Sehen Sie? Und eine neue Dings. Eine neue Tagebucheintrag. Was ich noch fragen wollte. Moment. Wenn Sie mich löchern, dann darf ich das aber auch. Oh ja, klar. Ist nicht persönlich gemeint. Also, warum werden da so viele Soldaten ins Sperrgebiet gebracht? Sperrgebiet? Ja, in die Forschungsstation und so. Ich meine, mit dem Material und den ganzen Leuten kann man ja einen kleinen Krieg führen. Ja, also, darüber darf ich leider nichts sagen. Ihr Wissenschaftler habt Anweisungen, wir haben die leider auch. Ah, verstehe. Ich erzähle Ihnen bereitwillig alles über unsere Experimente und kaum habe ich mal eine Frage, kommt sowas. Tut mir leid. Ich würde ja gern was erzählen. Aber ich weiß selber nur sehr wenig. Und was ich weiß, ist streng geheim. Ist nicht persönlich gemeint. Ja, ja. Schon okay. Außerdem hat er auch nicht alles erzählt. Er hat auch gesagt, das eine ist geheim. Was er erzählt hat, das war eigentlich das, was auch schon in der Zeitung stand. Äh, von daher. Was Sie hier machen, sieht ja unglaublich kompliziert aus. Ja? Ist aber eigentlich ganz einfach. Die Pflanzenproben hier wurden einer Strahlung ausgesetzt, die der in der Tunguska-Region ähnelt. Die Dosis wurde erst einmal niedrig gehalten und dann immer weiter erhöht. Ich setze die Proben nun in diesem Kasten da drüben einer Flamme mit konstanter Temperatur aus und prüfe, ob was von der Pflanze übrig bleibt. Sie fackeln Grünzeug ab? Ja, so in der Art könnte man das sagen. Es gilt rauszufinden, ob ab einer bestimmten Strahlenlosis der Schaden an der Pflanze nicht mehr zur absoluten Zerstörung der Zellstruktur führt. Hey, das hab ich sogar verstanden. Ich hab ja auch absichtlich zwei Drittel der Erklärungen weggelassen. Na toll. Da bin ich mal stolz auf meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und Sie nehmen mir meine Illusionen gleich wieder. Tut mir leid. Ich werd dann mal wieder meine Runde machen. Alles klar. Bis später. Eigentlich ein ganz, ähm, ganz, ähm, wie soll ich sagen? Äh, ganz in Ordnung ist der Typ. So, dann schauen wir mal kurz ins Tagebuch rein. Äh, waren wir da schon? Gescheiterte Hilfe hatten wir auf jeden Fall. Ja, doch, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Aber das hier ist dann neu die Forschungsstation in Tunguska. Der rand-sibirische Eisenbahn. Nina konnte einige interessante Dinge herausfinden. Scheinbar wurde in der Tunguska-Region eine geheime Forschungsstation errichtet. Man hat dort nämlich festgestellt, dass bei zahlreichen Pflanzen das Wachstum, äh, völlig außerhalb jeglicher Norm ist. Nun versuchen die Wissenschaftler diese Veränderung nachzuvollziehen und zu reproduzieren. Aber was hat das mit Ninas Vater damit zu tun? So, und an diese Liste wollen wir rankommen. Da müssen wir mit dem einen reden. Aber der wollte, glaube ich, nicht breten, wenn er keine Bewege, keine Dinger, äh, hat. Ja, da geht sie nicht hin. Ich probiere es jetzt trotzdem mal ganz kurz. Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch bei seinen Experimenten gelungen ist, nein. Aber... Von mir aus kann auch der Zug in die Luft fliegen. Ich will nicht gestört werden. Es ist aber wirklich... Nein! Ja, da kommen wir nicht so rein. Das ist unser Problem, das wir haben. Hm. Da geht es auch nicht weiter. Hm. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Oh, wir können was mit der Stecker-Dings machen? Ernsthaft? Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, dann kommt da Strom raus. Da fasse ich nicht rein. Ist schlecht für meine Frisur. Okay, aber wir könnten theoretisch, wenn wir irgendwann mal was haben, was einschließen hier. Da haben wir den Assistenten. Das sind nur die Gläser hier. Mit denen macht sie ja auch nicht wirklich was. Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Keine schöne Erinnerung. Solange Wissenschaftler... Ja, und da macht sie nicht, solange Wissenschaftler im Raum sind. Gibt es hier noch was Neues? Also da geht es ja auch nicht weiter nach vorne. Ah. Ah. Okay. Da hast du auch nichts mehr drin. Das sollte man auch nicht mehr machen. Nö, also anscheinend müssen wir hier was machen, hätte ich gesagt. Die Frage ist nur was. Wahrscheinlich müssen wir den Assistenten auch irgendwie loswerden. Kann ich noch mal kurz... Momentan ist es schlecht. Ich muss das hier erst einmal fertig machen. Ja, okay. Äh, was war denn das da eigentlich nochmal? Ach, das war da unser Passierschein. Kann ich den Stein irgendwie... ... mit so Gläsern benutzen oder... Nee. Ah. Ich weiß gerade nicht, wie wir das mal genau machen müssten, um... ... an den... ... Dings da hinten ranzukommen. Also ich glaube, wir müssten hier was machen. Da muss irgendwie ne... ... ne... ... ne Fortschritt machen oder sonst irgendwas. ... sodass wir zu dem anderen Typ reingehen können... ... und da versuchen, an die Liste zu kommen. Naja, eine wird der Besitzer schon noch entbehren können. Okay, wir dürfen uns auf jeden Fall nochmal ein Brot machen. Weißbrot Diebstahl im großen Stil? Dafür fehlen mir die entsprechenden Abnehmer. Außerdem sind die Preise auf dem Schwarzmarkt derzeit im Keller. Na dann. Keine Ahnung, was man mit dem Ding machen kann. Mit dem Brot jedenfalls nicht. Hö, hö. Haben wir in dem Topf eigentlich noch weiteres, äh... ... äh, weitere Marmelade drin? Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Ein Löffel davon sollte ausreichen, um den Rest des... Kannst du da nochmal mit raus? Nee. Solange ich nicht weiß, wozu ich ein weiteres Marmeladenbrot brauche... ... werde ich auch nicht unnötig mit diesem klebrigen Zeug in der Gegend rumlaufen. Na gut. Das war auf jeden Fall... Das ist Solotovs Marke. Dienstgrad... Mhm, Solotovs Marke. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt echt nicht, was wir groß machen könnten, um den Typ loszuwerden. Bei dem Hinteren war es ja relativ klar gewesen mit dem Marmeladenbrot. Aber bei ihm jetzt? Müssen wir ihn überhaupt loswerden? Kann man irgendwas mit ihm benutzen? Hm. Kann ich das Brot mit irgendwas hier benutzen? Nee, die Flasche wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ich bin jetzt gerade so weit, dass ich momentan nur rumraten könnte. Was ich jetzt irgendwie machen soll. Das ist ein bisschen frustrierend. Nee, mit dem geht's auch nicht. Habe ich mir aber schon fast gedacht, dass da nichts geht. Mal, das war der... Nee, das war nur der Schreibtisch. Das war nur der Tisch. Äh... Kieselstein? Geht aber auch nix. Smartphone. Ich sollte Max oder Oleg informieren, wo ich mich... Ja, nee, das geht noch nicht. Aber auch das hier geht nicht wirklich. Hm. Also anscheinend gehen unsere Gegenstände alle nicht, die wir hier haben. Also wir können nichts groß machen. Die Gegenstände miteinander benutzen, ging ja auch nicht. Hm. Verschlossen. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas zu machen ist hier mit, äh... Bleistift, mit, äh... Schlüssel oder sonst irgendetwas. Hm. Müssen wir nochmal irgendwie den... Dinger aufwecken? Die Tür ist mit einem großen Vorhänge. Ja, und die kriegen wir ja auch nicht so auf, schätze ich mal. Und da nochmal anklingeln, das bringt ja auch nix. Entschuldigen Sie die Störung, aber es ist da... Na ja, das geht auch nix. Also hier können wir auch nicht wirklich was machen. Hä? Ich bin gerade etwas ratlos. Können wir die Lampe... Können wir nochmal das Licht anmachen? Nochmal sollte ich den Kerl besser nicht wecken, sonst dreht der noch komplett durch. Wir können die Lampe auch nochmal mitnehmen. Und es hin und her machen, aber... Ja, das bringt uns ja auch nicht wirklich viel. Nehmen Sie mal mit. Ich meine, was soll's. Die Tasche mit den Medikamenten des Soldaten. Wenn ich an... Genau. Aber damit können wir bestimmt... Auch nicht wirklich was machen. Hm. Ich bin gerade etwas ratlos. Scheint eine strategische Karte der Tunguska-Region zu sein. Ja, Fenster. Die Landschaft sieht immer gleich... Können wir auch nix machen. Wenn er schläft, sieht er richtig friedlich. Den sollte ich besser nix... Weil irgendein Idiotin wegen irgendeiner Lappale... Ja, da haben wir aber auch nix. Äh. Also ich wüsste gerade nicht, was wir machen sollen. Habt ihr da gerade eine Idee irgendwie? Also ich bin relativ ratlos gerade. Äh. Selbst wenn ihr eine Idee habt, könnte er mir gerade im Moment nicht helfen, bis die Folge veröffentlicht wird. Ja, da werde ich schon die Idee gehabt haben. Hm. Die sind durch Schnappschlösser gesichert. Wenn wir den Kieselstein aufbrechen, geht auch nicht. Hehe. Hm. Ich will mir jetzt nicht die... Hände waschen, das, das. Das haben wir ja schon probiert. Das geht nicht. Ein Speiseplan. Heute ein Dienstplan von Vordergrund. Das haben wir uns auch schon angeschaut. Ne, äh, 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 ich hänge jetzt gerade komplett. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hänge gerade komplett. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen kann. Wahrscheinlich habe ich irgendwas. Da fasse ich nicht. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen. Da kann ich nichts machen, da kann ich nichts machen. Mit ihm kann ich nicht mehr reden. Analyse. Ich kann das ja auch nicht kaputt machen oder so irgendwas, dass ich da das Kieselstein hinschmeiß. Hm. Im Tagebuch haben wir auch nichts wirklich stehen. Ja, da haben wir ja gerade im Moment keine Rätselhilfe. Das sind ja noch diese kleinen Minispielchen quasi, die es gibt. Hm. Wisst ihr was? Ich muss jetzt mal nachschauen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt echt keine Idee mehr, was ich hier machen könnte. Irgendwas muss ich machen, aber irgendwie habe ich es. Ist es genau das, was ich nicht ausprobiert habe? Oder ich habe irgendwie was übersehen? Oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist bestimmt irgendeine kleine Lappalie. Naja, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und ja, es ist tatsächlich eine Sache, die ich noch nicht ausprobiert hatte. Äh, ich habe jetzt nur die eine Sache nachgeschaut gehabt und das war's. So, wir können diese leere Flasche, die können wir füllen. Genau, das habe ich zum Beispiel... Nicht in die Flasche, aber besser als nichts. Das habe ich... Genau, das ist das, was ich nicht nachgeschaut habe. Äh, gemacht habe. Das Einzige, wo ich nicht ausprobiert habe quasi. So, und das können wir dann, ja, einen schönen kleinen Quatschschluss am machen. Ist ja eigentlich auch logisch, oder? Ein bisschen Flüssigkeit sollte ausreichen. Wenn hier alles unter Wasser steht, fällt das sonst zu sehr auf. Ist ausgerechnet, jetzt fliegen hier die Sicherungen raus. Ich muss die Sicherungen wieder reindrehen. Passen Sie bitte so lange hier auf, dass keiner irgendwas anfasst? Klar, kein Problem. Machen wir. Ich werde ganz genau darauf achten, dass keiner hier irgendwas berührt. Keiner außer mir. So, jetzt ist auch der Assistenz weg. Sehr gut. Ich habe ja gesagt, der muss irgendwie weg. Aber dass man die Flasche da und damit einen Quatschschluss... Ich meine, es ist logisch, aber ich bin absolut nicht drauf gekommen. Aber sowas von überhaupt nicht. So, dann können wir das hier mitnehmen. Wir können das mitnehmen. Okay, und was machen wir mit denen hier? Okay. Kann man die? Nee, die kann man nicht irgendwie... Okay, jetzt haben wir Pflanzen. Kann ich die mit der Marmelade belegen? Hehehehe. Wer weiß, ob das was bringt? Ich glaube es zwar nicht, aber ich probiere es jetzt mal aus. Nee, das geht nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich kann es auch wieder rein machen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas mit dieser Pflanze machen. Die Frage ist nur, was... Können wir sie erhitzen? Nee, das geht nicht. Können wir sie aufs Brot legen? Hehehe. Und dann essen? Kann ich sie miteinander benutzen? Also, wenn ich die... Kann ich die Pflanzen wieder... Ja, Tatsache. Tja, was mache ich jetzt damit? Ich stecke die beiden einfach mal ineinander. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Und dann machen wir sie noch rein und sagen, das Ding ist gewachsen. Könnte das vielleicht die Lösung sein? Entschuldigen Sie die Störung. Aber vielleicht muss ich sie einfach nur auf den Schreibtisch wieder zurückstellen. Ja, genau. Und dann kommt der Wissenschaftler und... Genau. Ist ja klar, dass wir das nicht machen sollen. Reuchten. Wie auch immer. Hallo? Jetzt. Okay. So, hoffentlich knallt mir die Sicherung nicht gleich wieder raus. Naja, ob ich hier wirklich irgendwann mal überraschende Ergebnisse bekomme, bezweifle ich mittlerweile sowieso. Was? Das kann doch nicht sein! Sollte es wirklich... Die Probe wurde tatsächlich nicht vollständig verbrannt. Das kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Dazu brauche ich noch nicht mal eine Analyse machen. Ich muss unbedingt Dr. Lesniak Bescheid sagen. Und vielleicht auch Professor Sidorkin. Das könnte tatsächlich der große Durchbruch sein. Und ich hätte fast den Glauben daran verloren. Und Sie sind ganz sicher, dass alle Versuchsbedingungen genauestens kontrolliert und eingehalten wurden? Ich habe immer wieder Stichproben genommen und alles überprüft. Und für Alexei lege ich meine Hand ins Feuer. Ich arbeite schon seit Jahren mit ihm zusammen. Sie haben also die Experimente gemacht. Ist Ihnen irgendeine Veränderung aufgefallen? Was für eine Veränderung. Wir müssen alles genau prüfen. Wenn das Ergebnis stimmt, ist das eine absolute Sensation. Wenn wir es aber als Sensation melden und wir haben einen Fehler gemacht, dann kriegen wir hinterher höchstens noch eine Anstellung in einem Naturkundemuseum. Also gehen Sie noch mal alles in Ruhe durch. Wir sollten uns zusammen die Analyse anschauen. Ich hoffe nur, wir haben nichts übersehen. Wenn das Ergebnis wirklich stimmt, wir werden in die Geschichte eingehen. Die Herren scheinen schwer begeistert von ihrer Entdeckung. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und mich mal in Sidorkins Büro umsehen. Definitiv. Die Zeit werde ich nicht haben, bis dieser Sidorkin zurückkommt. Ich werde mich erst mal auf seinem Schreibtisch umsehen. Vielleicht finde ich da ja zumindest die Liste der Leute, die sich an Bord befinden. Die ist riesig. Normal ist das nicht. Die muss irgendwie genetisch manipuliert worden sein. Hoffen wir mal, dass die keine so... Ja, die werden keine Ärger kriegen, weil sie das Ding nicht wiederholen können. Und dann merken sie, irgendwie scheint es nicht so richtig funktioniert zu haben. Die Schublade ist durch ein einfaches, aber leider recht wirkungsvolles Schloss gesichert. Wir haben noch Kamera, wir haben Buch. Die Unterlagen sind überschrieben mit Sicherheitslücken und akute Bedrohungen des Tunguska-Projekts. Ich werde mal einen Blick hineinwerfen. Wenn ich das richtig verstehe, sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf geheime und offizielle Forschungseinrichtungen verübt worden. Teilweise wurden Unterlagen vernichtet, aber sogar vor Sprengstoffanschlägen und Brandstiftungen scheinen die Täter nicht zurückgeschreckt zu haben. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet. Bislang konnte aber nie einer der Täter gefasst werden. Der Geheimdienst FSB wurde daraufhin eingeschaltet, konnte aber bis heute keine konkreten Ermittlungserfolge vorweisen. Die Vermutung, dass es sich um politische Terroristen handelt, konnte nicht bestätigt werden. Derzeit geht man davon aus, dass es sich ebenso um eine religiös motivierte Sekte handeln könnte. Männer in schwarzen Kutten? Ob das die gleichen sind, die Eddie gesehen haben will? Wenn das stimmt, steckt mein Vater in noch größeren Schwierigkeiten, als ich befürchtet hatte. Ja, das hört sich danach an. Anschläge durch Sekte transsibirische Eisenbahnen. In Sirdokins Büro liegen Unterlagen über akute Bedrohung des Tanguska-Projektes, denen sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf Forschungseinrichtungen verübt worden. Teilweise wurden nur Unterlagen vernichtet, aber auch von Sprengstoffanschlägen und Brandstiftungen ist die Rede. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet, ob das die gleichen sind, die Eddie und die kleine Lisa in der Nähe des Museums in Berlin gesehen haben. So, was haben wir sonst noch hier? Wir haben noch einen Zettel. Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Unterzeichnet mit W-I-L. Wenn in diesem Safe auch die Mitarbeiterliste ist, sollte ich mich hier mal genauer umschauen. Vielleicht finde ich so auch raus, was genau in Tunguska vor sich geht und was mein Vater mit der ganzen Sache zu tun hat. Auf den Ordnern steht, Tunguska-Projekt Fehleranalyse. Der obere Ordner ist für die Jahre 2000 bis 2003, der untere ab 2004. Damit werde ich so auf die Schnelle wohl nicht viel anfangen können. Nee, das würde zu lange dauern. Du hast mir doch gedacht. Die kleine Kröte ist eine Schnüfflerin. Du bist mir schon in Moskau am Bahnhof unangenehm aufgefallen. Kröten bleiben halt auch in Verkleidung. Immer noch Kröten. Aber keine Sorge. Wir werden uns jetzt ein wenig um dich kümmern. Oh, scheiße. Das ist ja jetzt richtig, richtig, richtig blöd. Was treibt sich dieser Kanski denn hier mitten in der Nacht rum? Vielleicht täuscht der Eindruck. Aber ich habe bei dem Typen ein extrem ungutes Gefühl. Ich sollte mich auf jeden Fall nicht von ihm erwischen lassen. Die dicke Beule an seinem Hinterkopf wird er mit Sicherheit noch nicht vergessen haben. Endlich eine Antwort auf meine Anfrage. Dann bin ich mal gespannt, was mein irischer Kollege herausgefunden hat. Hallo Max. Es hat etwas gedauert, aber deine angeforderten Informationen waren nicht so leicht zu beschaffen. Es war auf jeden Fall gut, dass du mir das Original dieses Briefes geschickt hast. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal was zu dieser irischen Gesellschaft aus dem Briefkopf. Diese Firma gehörte mal einem gewissen Ken Morangi und hatte irgendwas mit Pflanzendünger zu tun. Das Unternehmen wurde ganz plötzlich geschlossen, obwohl es wohl ziemlich gut lief. Mehr konnte ich darüber leider auch nicht rausfinden. Seitdem lebt Morangi völlig zurückgezogen auf einer kleinen Insel vor der Küste Irlands. Eine Karte habe ich der Mail angehängt. Jetzt aber zu einer viel interessanteren Geschichte. Ich habe den Brief, den du mir geschickt hast, mal genauer unter die Lupe genommen. So ganz leer, wie auf den ersten Blick vermutet, ist der nicht. Offenbar wurde eine Art Geheimtinte verwendet. Nicht sehr einfallsreich. Aber für Leute wie dich reicht es offensichtlich. Hier kommt der Inhalt des Briefes. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Hallo, Wladimir. Habe Unterlagen bekommen. Kopie ist in Arbeit. Übergabe müssen wir noch klären. Ken, PS, der Whisky wartet immer noch. Na, das hört sich doch schon recht geheimnisvoll an. Dieser Morangi könnte vielleicht etwas wissen, das uns weiterhilft. Ich sollte Nina... Was sie wohl gerade macht? Offenlich geht es ihr gut. Ich mach mir echt Sorgen um sie. Verdammt, ist nicht mein Tag heute. Erst sitze ich mit einem darmkranken Psychopathen im Abteil und nun mit einem tollwütigen Hund. Ich muss hier schleunigst wieder raus. Sobald wir die nächste größere Ortschaft erreichen, wollen die mich den Behörden übergeben. Das wäre dann wohl das Ende meiner Suche. Und vermutlich auch meins. Ja, das ist wohl wahr. Okay, wir haben nicht mehr viel. Wir haben eine Glühbirne und ein Probenglas. Und ich glaube, das ist diese Tür, die wir vorher gesehen haben, die abgeschlossen ist. Nur halt ist es auf der anderen Seite. Schätze ich mal. Ja, das ist echt nicht... Man kann sagen, das ist echt nicht gut gelaufen. Arme Nina. Aber ich konnte es eine noch nicht mal anschauen. Ha. Eine Sache konnte ich nicht anschauen, aber das scheint auch nicht wichtig gewesen zu sein. Na gut. Dann schauen wir mal, wie es mit Nina weitergeht in der nächsten Folge. Ob wir uns befreien können. Oder ob wir den Behörden übergeben werden. Und dann war es das. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.